guten morgen aus leute es ist wieder soweit ich bin auf einem dreh und diesmal bin ich bei villa der liebe staffel 6 6 schon krass einfach auch letztes jahr um diese zeit war staffel 2 mein erster dreh da es ist so heftig wie einfach die zeit vergeht und ich bin jetzt gerade aufgewacht heute ist schon quasi tag zwei weil wir gestern angekommen sind und eigentlich wollte ich ein paar impressions vom ersten tag film was daraus rausgekommen ist ich bin gerade noch dezent los deswegen werde ich jetzt erstmal duschen das ist meine dusche ich bin ganz alleine im zimmer das finde ich echt toll und ich zeige euch mal meine aussicht aus meinem kleinen balkon ich habe hier auch schon t-shirt und ein tocker weil ich wollten hocker jahren das ist so schön es ist so fucking schön ja ja kann ich immer hier aufwachen so ich bin jetzt frisch geduscht und werde jetzt erst mal frühstücken gehen hallo das ist das julia und ich schminkt euch ja wir machen uns fertig aber wir können heute kommen zum frühstück fertig ja also ich bin nicht fertig und schmink mich danach da schlafen die beiden da schlägt jan ist er schon wach ich nenne ihn jetzt nicht und hier ist ein spiegel es wird ein loster vlog einfach glaubt mir er wird sehr lost da sind jenny und sydney aber die lasse jetzt in ruhe ich bin 22 und tanze gerne und wo hast du mitgespielt bisher bei krass klassenfahrt beim kinofilmen die sind auch süß der ist weniger süß spaß oh nein alles gut hier wird schön möchtest du dich einmal vorstellen das ist mein blog ich bin tänzer ich bin sydney 22 und tanze gerne und wo hast du mitgespielt bisher bei krass klassenfahrt beim kinofilmen bist du aufgeregt auf heute er hat einen kinofilm gedreht und ist aufgeregt vor einem improvisationstext schon wieder hast du corona okay tut mir leid hallo guten morgen willst du dich mal vorstellen sie rennt einfach weg sie will direkt rennen hi ich bin andrea und wie spielst du und wer bist du woher kommst du einfach überfordert ja in der serie ok und jetzt in der serie was spielst du ich spiel chiara und etwas offener und so die anführung der gruppe wie geht es dir heute und deswegen werde ich morgen definitiv eine halbe stunde später aufstehen hast du darfst jetzt die brille anziehen oh mein gott zum glück sie hatte so eine komische brille gestern auf aber die ist viel besser die steht ja auch hey potter weibs einfach aussieht voll süß aus wir sind ready wir filmen jetzt die erste szene heute noch nicht wir sprechen jetzt gerade die szene erwartet ich glaube er ist immer noch aufgeregt bei andrea das ist jetzt deine erste generelle ding ist noch ich fand zeitrafen so cool deswegen habe ich hier eins hier sehen sie ganz viele menschen die sich sehr schnell bewegen und das ist schon wieder vorbei jetzt ja tschüss ich so ups okay so lag das hier vor den szenen ab ich verteile die wir sprechen direkt mit ok wir machen die ganze zeit am drehen und wir sind schon echt tot weil es extrem heiß ist einfach 34 grad 36 grad 36 wir haben eben 34 gesagt mit hitze warnung bei mir stand 36 wir haben ganze zeit gerade von so irrequisiten kacke getrunken und das hat auch komplett schmeckt mit 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 jaja und auch bei mir war es mit mit wasser was hier mit ohrsaft ich wollte gerade sagen weil ich ein bisschen das ist ja auch so gehabt dass du nicht so viele szenen davor also jetzt mal hat es nicht auch ja ja das ist schon heftig aber das macht mich also ich finde es nicht cool so man lernt auch immer mehr also jetzt so ist schon mehr dafür drin als am anfang da ist felix da ist nina da ist tessi das ist glaube ich berlin da hinten ist paul und tobias paula wie ist die lage heiß angespannt warum das gefühl mein kopf explodiert ja mache ich okay ich mache wie absolut niemand hat gesagt ich muss es gut machen übrigens haben wir gerade pause gehabt hier war das essen hier ist zum beispiel fleisch risotto salat hier sind nudeln mit lachs die habe ich gegessen sie waren ein bisschen zu frischig aber das hat lachs so an sich kein problem hallo warum bist du so ruhig du bist irgendwo die ganze zeit versteckt ja ich habe noch frei ich arbeite ein bisschen und machst du tik toks ja genau ich bin gesperrt gerade auf tik tok und deswegen produziere einfach trotzdem weiter mir geht es nicht tatsächlich darum dass leute sehen mir geht es einfach um den spaß an der sache jetzt wollte ich kurz zeigen ist alles nur fake das ist vorbei mit der schein wir sind gar nicht in kroatien sondern in südspanien okay drüben gehen wo drüben ich habe letztes mal eine kamera gehabt jetzt habe ich ein iphone 12 ist doch okay wir zahlen so eine heftige gage okay perfekt dankeschön ich habe hundertmal gesagt dass wir nichts auf dem roten verloren hast ja was ist das für ein gefühl ich will aber das lustige lachs fritzmann ja ich auch nicht ich lasse nur auf pornhub hoch ja okay dann geht's only fans er ist so geht dann kriegst du einfach 20 prozent davon wir waren heute komplett im verzug direkt am ersten tag auch noch aber mittlerweile geht es jetzt jetzt haben wir eine pool sehen ich werde ein pool geschmissen freue ich mich richtig drauf hallo ja hallo 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 na die dinge direkt gering für die da nicht kennen ein pool wie war pool ich fand es absolut kalt und wie war es hier draußen so ich habe nur die kackalake ich habe sie gesehen ich habe sie weggefischt wie war pool so wunderschön oder ich habe vor einer stunde gesagt ich will schlafen eine stunde später ich bin noch hellwach aber ich geht schlafen ich bin übrigens allein im zimmer schon erwähnt aber jetzt bin ich auch komplett wasted und gehe in mein bett ich bin in meinem bett ich bin so dumm okay tschüss es tut mir leid ich bin ich will nicht so böse sein es tut mir leid nein okay dein kopf ist abgeschnitten was ich auf jeden fall noch sagen was wichtig ist es tatsächlich leute zeigt niemals eure gesicht der kopflose nick nick ist oder wie heißt das von harry potter ok heute haben wir den ganzen tag einfach hier sehen das ist so heftig und hier gibt es auch gar kein empfang und bären und bären auch noch und klang geil wir haben einfach gebissen heute kein empfang influenza ohne empfang geht nicht scheiße mal wieder gehen ja tschüss aber es ist echt krass hier das ist so heftig wir sind wieder da wie war es wunderbar wunderbar es geht gleich wieder weiter wir essen jetzt und ich habe nicht gefilmt da ich bin gleich ein bisschen war aber absolut heiß ist heißt wir haben 38 grad werden gerade alle letzten szenen und wo die ist heute auf die fresse geflogen und deswegen musste er mit diesem blauen auge jetzt spielen erzähl trotzdem durch ja und ich habe mir gedacht ich mache es einfach kein problem oh mein gott ich bin so stolz auf dich du hast das handzhoff gekackt junge nein Lass die Menschen auf sich denken.